Hallo meine lieben Kreativen, da bin ich wieder. Heute habe ich einen kleinen Tauschaufruf für euch und ich täcke alle meine lieben Abonnenten und die, die es noch werden wollen. Es mir gleich zu tun oder so ähnlich. Und wenn ich mir dann eure Tauschaufrufe angeschaut habe und mir was von euren Sachen gefällt, werde ich mich gerne bei euch melden. Hier seht ihr schon mal ein paar selbstgebastelte Sachen von mir, die ich so oder so ähnlich dann gern tauschen möchte. Aber diese Dinge fertige ich dann ganz speziell für euch an. Im Anschluss habe ich eine kleine Diashow mit meinem Tauschmaterial und mit Infos von dem, was ich gern hätte. Ich bin nun schon sehr gespannt auf eure Tauschaufrufe und freue mich über jeden, der mitmacht. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Tauschaufruf habt, schreibt sie mir gern in die Kommentare. Ich beantworte jede Frage gern. Also seid nochmals alle getaggt. Und nun wünsche ich euch viele sonnige und ideenreiche Bastelstunden. Bis bald, meine lieben Pferddieben. Bis bald, meine lieben Pferddieben. Bis bald, meine lieben Pferd nombre? Bis bald, meine lieben Ou Musical. Bis bald, meine lieben Pferd. Bis bald, meine liebe Aufmerksamkeit. Bis bald. Närodikije, beides für lange naught geworden. Bis bald, meine lieben Pferd am 예alalta. Bis bald,ân fries vermischesrareißen. Bis bald, meine Lieben Ihrinn solo. Bis bald, natürlich bis bald. Bis bald. Bis bald, meine lieben Pfarrer. Bis bald, bis bald, Endorz ist Carbon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.